In diesem lustigen Comedian-Spiel malt ihr mit eurer Nase. Fangt mit einem Wort an. Cupcake! Dann malt ihr so schnell ihr könnt, während euer Team versucht, das Bild zu erraten. Wer am besten redt, gewinnt. Das Spiel, das für großes Gelächter sorgt. Ihr könnt es überall spielen. Hast du die richtige Nase zu malen? Pencilnose von Pjartnik.